Keine Anstrengungen generieren und speziell solche Standart-Situationen sind eine willkommene Gelegenheit. Wunder Peter Schönheim den Freistoß ausführt, weil er ist ein guter Kopfballspieler, aber ihm auf jeden Schluss. Und Wolker duscht sich den Ball. Schönheim! Leute, wir sagen, was Krippe da macht, aber wenn es so ausgeht, ist es schön. Und kurz die Hintenvertrag. Macht nämlich den stabilsten Eindruck dahinten in der Innenverteidigung. Das ist auch nicht seine Position. So ein Beiler hat ihn vermehrt in den Mittelfeld eingesetzt. An der Seite von Paul Lackert an der angestammten Position kommt er wesentlich besser. So ein Beiler hat ihn vermehrt in den Mittelfeld eingesetzt. Das ist hier.